Genau, also zuerst Schingel, dann ist Ansage. Ja, zuerst Schingel, Ansage und dann ist es wieder hinterher. Dann haben wir bereits. Herzlich willkommen zum 45. ordentlichen Landesparteitags der Volkspartei Niederösterreich. Weichenstellung für Niederösterreich. Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Wir hören nun drei Strophen der niederösterreichischen Landeshymne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier im Veranstaltungszentrum in St. Pölten An der Spitze begrüße ich einen, der seit 25 Jahren unserer Landespartei vorsteht unseren Landeshauptmann, Landesparteiobmann Dr. Erwin Pröll Applaus 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 Mich freut es sehr, dass auch deine Gattin Sissi und die Familie heute hier anwesend ist. Applaus Wir als Volkspartei Niederösterreich sind auf allen politischen Ebenen stark vertreten. Und so begrüße ich aus dem Bundesministerium unsere Vertreter, unseren Finanzminister Hans-Jörg Schilling, unseren Innenminister Wolfgang Sobotka und den Staatssekretär Harald Mara. Herzlich Willkommen in St. Pölten Applaus 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 Ich begrüße sehr herzlich unser Team in der Niederösterreichischen Landesregierung. Unseren LH-Stellvertreter Stefan Bernkopf, unsere Landesrätin Petra Boslaff, unsere Landesrätin Barbara Schwarz, unseren Landesrat Karl Wilfing, unseren zukünftigen Landesrat Ludwig Schleritzko und an der Spitze unsere LH-Stellvertreterin Johanna Mikleitner. Herzlich Willkommen! Applaus Ein herzliches Willkommen auch an unseren Vertreter des Gemeindebundes, unseren Präsidenten Alfred Riedl und stellvertretend für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, für alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte darf ich begrüßen unseren Vizebürgermeister aus der Landeshauptstadt Matthias Adl. Herzlich Willkommen! Applaus 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 Die Volkspartei Niederösterreich ist stolz auf seine sechs Teilorganisationen. Somit begrüße ich die Vertreter unserer sechs Teilorganisationen, beginnend bei den Wir-Niederösterreicherinnen, unserer ÖVP-Frauen, mit der Landesleiterin Petra Boslaff, der Landesgeschäftsführerin Dorothea Renner und unserer Bundesobfrau Dorothea Schittenhelm. Herzlich Willkommen! Applaus Applaus Mit einem Merci, Erwin, hat uns die junge ÖVP heute empfangen und ich begrüße stellvertretend unseren Landesobmann Bernhard Heinrichsberger und seine Landesgeschäftsführerin Bernadette Schöne. Herzlich Willkommen! Applaus Für den Niederösterreichischen Senioren darf ich begrüßen unseren Landesobmann Herbert Noboratzky und die Seniorenbundpräsidentin im Bund Ingrid Korosek. Applaus Für den Niederösterreichischen Bauernbund darf ich begrüßen den Bauernbundobmann und Präsidenten der Landwirtschaftskammer Österreich und Niederösterreich Hermann Schultes und die Bauernbunddirektorin Claudia Tanner. Herzlich Willkommen! Applaus Für den NÖAB darf ich begrüßen den Landesobmann, unseren Sicherheitsminister Wolfgang Sobotka und die Landesgeschäftsführerin Sandra Kern. Applaus Und für den Niederösterreichischen Wirtschaftsbund, unsere Landesgruppenobfrau und Wirtschaftskammerpräsidentin Sonja Zwatzl und den Wirtschaftsbunddirektor Harald Servus. Herzlich Willkommen! Applaus Ich möchte an dieser Stelle auch einen Vorgänger von mir begrüßen, wo wir letztes Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert haben. Ich darf in unserer Runde begrüßen Otto Berner. Herzlich Willkommen! Schön, dass du da bist! Applaus Ich begrüße seitens der Bundespartei unseren Generalsekretär Werner Amun und von der Wiener Landespartei den Landesparteiobmann Gernot Blümel und seinen Geschäftsführer Markus Wölbitsch. Herzlich Willkommen in Niederösterreich! Applaus Ich begrüße alle Vertreter der öffentlichen Sicherheit, der Wirtschaft und der Medien. Ich begrüße alle Partner, Freunde, Sympathisanten der Volkspartei Niederösterreich. Und ich begrüße euch, rund 1300 Delegierte und Gastdelegierte hier beim 45. Ordentlichen Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich. Herzlich Willkommen! Applaus Hoher Parteitag, liebe Freunde, ich darf nun unseren Landesparteiobmann, Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll, bitten, den 45. Ordentlichen Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich statutarisch zu eröffnen. Applaus Hoher Landesparteiobmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich eröffne den 45. Ordentlichen Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich. Wir kommen nun zu den Beschlüssen, die laut Geschäftsordnung der Niederösterreichischen Volkspartei notwendig sind. Einleitend darf ich feststellen, die Beschlussfähigkeit des Landesparteitages, es sind bis zur Stunde 427 Delegierte anwesend. Die Tagesordnung ist allen mit der Einladung zugegangen und sie ist auch abgedruckt bei den Delegiertenkarten. Im Infofalter, verehrte Damen und Herren, finden Sie die Vorschläge für die Mitglieder des Tagungspräsidiums, für die Mitglieder des Wahlkomitees, der Wahlkommission, der Mandatsprüfungskommission, der Antragskommission und der Statutenkommission. Ich darf vorweg darauf hinweisen, dass für Wortmeldungen eine Redezeitbeschränkung von drei Minuten festgelegt ist. Wer diesen Vorschlägen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zustimmt, dem bitte ich um ein Zeichen mit der Delegiertenkarte. Ich danke Ihnen. Ich darf die Gegenprobe machen. Wer ist dagegen? Ich freue mich sehr. Danke. Einstimmig angenommen. Damit, meine Damen und Herren, liebe Freunde, merke ich, die Niederösterreichische Volkspartei ist wirklich Verlass. Ich darf nunmehr den Vorsitz dieser Tagung an die Präsidentin, Bundesrätin, Kommerzialrat Sonja Zwatzl übergeben. Bitte, Sonja. Dankeschön, Herr Landeshauptmann. Ich übernehme den Vorsitz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben und den verstorbenen Persönlichkeiten aus der Familie der Niederösterreichischen Volkspartei zu gedenken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben. Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben. Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben. Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben. Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben und den Plätzen zu erheben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kein Betrieb kann erfolgreich sein, wenn er seine Kosten nicht im Griff hat. Das heißt, straffes Kostenmanagement, ja, aber mit hoher sozialer Verantwortung. Wir wissen täglich, meine Damen und Herren, und das sage ich als Finanzreferent, das wichtigste Kapital des Lebens ist nicht das Eigenkapital, so wichtig das ist, ist nicht das Fremdkapital, das ist das Humankapital, die menschlichen Ressourcen unserer Mitarbeiter, meine Damen und Herren. Und keine politische Partei kann erfolgreich sein, wenn sie nicht engagierte, motivierte, leistungsfreudige Mitarbeiter hat. Ich glaube, diesen Mitarbeitern sollten wir heute beim Landesparteitag durch unseren Applaus, unsere Anerkennung und Wertschätzung aussprechen. Wir sind natürlich ein Dienstleistungsbetrieb, ein Servicebetrieb. Daher haben wir eine Personalkostentangente von rund 40 Prozent. Ich glaube, das ist gerechtfertigt, wobei da gar nicht enthalten sind, jene tausenden freiwilligen Funktionäre, die Tag für Tag für unsere Partei laufen. Und ich glaube, denen haben wir auch sagen müssen, bitte, wir sind dankbar, dass wir sie haben. Es lässt sich nicht vermeiden, ein paar formale Punkte auch zu sagen. Erster Punkt, wir haben natürlich vom letzten Landesparteitag gewählte Landesparteifinanzprüfer. Die haben in den letzten fünf Jahren unsere Finanzen ständig geprüft, die Jahresabschlüsse benieblich angeschaut, weil der Ergebnis für alle fünf Bilanzjahre ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk. Genauso haben wir einen Wirtschaftsprüfer, der zu untersuchen hat, ob die öffentlichen Mittel gemäß Enö-Parteien-Gesetz zweckentsprechend und entsprechend dem Gesetz eingesetzt wurden. Auch hier darf ich sagen, der Wirtschaftsprüfer hat all das bestätigt. Also zweckmäßig und gesetzeskonform wurden diese öffentlichen Mittel eingesetzt. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu einem Punkt, wo ich sagen muss, ich nenne jetzt keine Zahlen. Aber ich will ja keine Begehrlichkeiten wecken, bitte. Aber seien Sie sicher, unsere Partei steht auf einer soliden finanziellen Basis. Was viele Parteien nicht haben, wir haben keine Schulden, meine Damen und Herren. Wir haben keine Schulden. Nicht nur das, wir haben in den letzten Jahren mit der Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmannes auch einen finanziellen Polster geschaffen für die kommenden Herausforderungen. Wir stehen ja mehr oder weniger unmittelbar bevor. Auch hier bitte nenne ich keinen Betrag. Noch einmal, ich will hier keine Begehrlichkeiten wecken. Wenn wir bei der internationalen Ratingagentur gerätet werden, hätten wir zweifellos AAA mit positivem Ausblick. Meine Damen und Herren, das ist gar keine Frage. Was Besseres kann man eigentlich über Parteifinanzen nicht sagen. Und das über Jahre jetzt, über viele Jahre. Und das freue ich mich, Otto Bernau, dass du hier entsprechend auch nimmst. Das ist, glaube ich, auch ein Kennzeichen der Volkspartei. Ich bin jetzt 25 Jahre Finanzreferent. Wir hatten nie Schulden, Forderungen haben wir gehabt. Und Reserven haben wir gehabt. Aber so soll es ja auch sein. Meine Damen und Herren, es ist jetzt heute nach 25 Jahren mein letzter Bericht als Finanzreferent. Ich habe mich als Finanzreferent. Ich habe seinerzeit, wie der Erwin im April 92 Parteiobmann wurde, wurde ich auch gewählt. Ich habe damals gesagt, Erwin, solange du das machst, mache ich es auch. Damals nicht wissend, wie lange das dauert. Aber lieber Erwin, es ist mir leicht gefallen, mein Wort zu halten. Ich muss ehrlich sagen, bedanke mich bei dir für 25 Jahre unglaublich vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich muss sagen, es war sachlich, unglaublich professionell und zeitökonomisch, menschlich, überaus sympathisch. Ich möchte auf kein Jahr verzichten. Lieber Erwin, herzlichen Dank. Ein zweiter Dank gilt es einer Dame, die sich immer dezent im Hintergrund hält. Ich weiß gar nicht, wo sie heute wieder ist. Das ist unsere Diplomkaufmann, Amy Lautere. Ich sage ganz ehrlich, ohne der Amy wäre jeder Finanzreferent dabei verloren. Sie passt auf unsere Finanzen im operativen Geschäft so aus, als wäre es ihr eigenes Geld. Es wird jeder Euro, wird dreimal umgedreht, bevor ich die Überweisung unterschreiben darf. Es wird jedem das Konto nachgejagt. Einmal hätte sie mich fast vor einem Wochenende Urlaub in Landerteier zurückgeholt, weil eine Rechnung überwiesen hätte werden sollen, wo 500 Euro das Konto war. Ich sage, du, Amy, ich bin schon eine Stunde weg jetzt. Na ja, rufen wir an, vielleicht kann das verlängert werden bis Montag. Also hier wird wirklich um jeden Euro, um jeden Cent wird hier gerungen. Liebe Amy, bedanke ich mich bei dir. Wie gesagt, ohne dich wäre ich verloren gewesen und hätte meinen Job hauptberuflich ausüben müssen. Danke vielmals. Und ein dritter Dank gebührt unseren hunderten Mitarbeitern in den Bezirksstellen, in der Parteizentrale. Ich habe schon erwähnt, keine Partei kann erfolgreich sein, ohne solche motivierte, engagierte Mitarbeiter. Ich sage einmal, es ist wie im Fußball. Im Fußball sagt man, Geld schießt keine Tore. In der Politik kann man sagen, Geld erzielt keine Wahlerfolge. Das hat ein bekannter Millionär bei der letzten Wahl sehr leidvoll erfahren, dass er mit Geld keine Wahlerfolge erzielen kann. Also in diesem Sinne, mit diesem dreifachen Dank möchte ich sagen, diese Mitarbeiter, diese Funktionäre sind für mich ein unverzichtbarer Bestandteil des politischen Gesamtkunstwerkes Volkspartei Niederösterreich. Danke vielmals. Günther, herzlichen Dank. Diesen Dank schließen wir uns alle an. Wir bedanken uns bei dir für die wirklich ausgezeichnete Finanzführung und danke vielmals auch immer für deinen diplomatischen Bericht. Danke vielmals. Ich bitte nun den Sprecher der Finanzprüfer, Direktor Helmut Neuhold, um seinen Bericht. Bitteschön. Hoher Landesparteitag, Herr Landeshauptmann, Ehrengäste und Delegierte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Namen der von Ihnen gewählten Landesparteifinanzprüfer, sowie die durchgeführten Prüfungen der Jahresabschlüsse für 2012 bis 2016 Bericht erstatten. Die Rechnungsabschlüsse samt Beilagen und Jahresvoranschläge 2012 bis 2016 liegen ordnungsgemäß vor. Herr Dr. Ferdinand Grün, Herr Direktor Dr. Hans Lahner, Frau Direktor Elisabeth Kellnreiter und ich haben gemäß § 77 Landesparteiorganisationsstatut die erforderlichen Prüfungen der jährlich erstellten Jahresabschlüsse und statutengemäß gemeinsamen Sitzungen in die Vermögenslagen, die Finanzbuchhaltung und die Gebarrung der Landespartei Einschau genommen. Prüfungshandlungen und Belegprüfungen durchgeführt und festgestellt, dass sich die in den Jahresabschlussen 2012 bis 2016 erfassten Ausgaben und Einnahmeposten jeweils im ordnungsgemäß vorliegenden budgetierten Gesamtrahmen bewegt haben. Die Vermögensrechnung jährlich positiv ist und die Rücklagenbildung vorbeugenommen wurde. Die Volkspartei Niederösterreich arbeitet äußerst korrekt und wirtschaftlich. Die Jahresabschlüsse wurden daher ohne Beanstandung mit dem uneingestrengten Bestätigungsmärk der Parteiprüfer statutenkonform versehen. Ich stelle daher namens der Finanzprüfer den Antrag, dem Vorstand die Entlastung auszusprechen. Danke, Herr Dr. Neuhold. Ihnen und Ihren Themen ein herzliches Danke für diesen Bericht. Und ich bringe nun den gestellten Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Sie um Zustimmung mit Ihrer Delegiertenkarte. Danke, Gegenprobe. Vielen Dank für die Annahme. Wir kommen nun zum Tätigkeitsbericht und ich darf dazu unseren Landesgeschäftsführer Dich, Bernhard Ebner, um deinen Bericht bitten. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, hoher Landesparteitag. Bevor ich zu meinem Tätigkeitsbericht komme, ist es mir wichtig, Landesgeschäftsführer in der Volkspartei Niederösterreich Danke zu sagen. Danke zu sagen an jene, die aus dem gewählten Landesparteivorstand ausscheiden werden. Und ich darf dazu unseren Landesparteiobmann Dr. Herrn Pröll auf die Bühne bitten. Es sind zwei Landesparteiobmann-Stellvertreterinnen, die über die Jahre hinweg sehr fleißig und engagiert im Landesparteivorstand mitgearbeitet haben. Und ich darf Sie auf die Bühne bitten, unsere Landesparteiobmann-Stellvertreterinnen Barbara Schwarz und Renate Scheichel-Bauer-Schuster. Danke schön. Ich darf nun, Herr Landeshauptmann, ich darf zur nächsten Danksagung kommen. Und sie gilt einem Fels in der Brandung, der wie unser Landesparteiobmann seit dem Jahr 1992 in seiner Funktion tätig war, und zwar als Finanzreferenten. Wir haben heute bereits deinen Bericht gehört und er hat die Finanzen, wie man gehört hat, immer sehr genau und präzise verwaltet. Geschätzter Günter Stumpfohl, ich darf dich ebenfalls heraufbitten und dir als Zeichen der Dankbarkeit und Verbundenheit heute mit unseren Landesparteiobmann im Namen der Volkspartei Niederösterreich für deine Verdienste das Ehrenzeichen in Gold überreichen. Applaus 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 Meine geschätzten Damen und Herren, liebe Freunde, hoher Parteitag. Ich darf nun zu meinem Bericht als Landesgeschäftsführer, dem Tätigkeitsbericht über die letzten fünf Jahre kommen. Wir haben diesen Bericht erstmals allen Delegierten vorab auf einer eigenen Homepage zur Verfügung gestellt. Der Tätigkeitsbericht umfasst heuer 156 Seiten. 156 Seiten harter Arbeit. Und wir alle, wie wir hier beim Landesparteitag sind, wir alle haben mitgearbeitet, wir alle haben mitgeschrieben an diesen Tätigkeitsbericht. Wir alle haben den erfolgreichen Weg Niederösterreichs und der Volkspartei Niederösterreich mitgestaltet. Wie ein Uhrwerk, das nur funktioniert, wenn alle Räder ineinander greifen, so funktioniert auch die Volkspartei Niederösterreich nur deshalb so gut, weil wir miteinander für unser Land, für unser geliebtes Niederösterreich arbeiten. Am heutigen Tag und mit dem heutigen Tag schreiben wir diese Geschichte fort. Und jeder, und jeder von uns hat buchstäblich das Heft bzw. den Stift in der Hand. Heute und morgen als Delegierter bei der Weichenstellung für Niederösterreich, Tag für Tag als Funktionär und Mitglied in der Gemeindearbeit. Wir als Volkspartei, unsere Stärke der Volkspartei liegt in unseren 200.000 Mitgliedern, liegt in unseren fast 20.000 Funktionärinnen und Funktionären, liegt in unseren Mandatarinnen und Mandataren, in unseren Mitgliedern der Landesregierung und natürlich in unseren Landesparteiobmann, Dr. Erwin Pröll. Mit unserem gemeinsamen Einsatz für die Volkspartei Niederösterreich ist eine derartige Erfolgsgeschichte möglich. Ein herzliches und aufrichtiges Dankeschön dafür. Ein besonderer Dank gilt aber auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landespartei im Haus 21 und in den Bezirken draußen. Ihr seid eine wichtige Stütze für mich, ihr seid eine wichtige Stütze für die Volkspartei, und die Volkspartei Niederösterreich braucht euch. Danke für eure Arbeit. Man könnte jetzt stundenlang über diese 156 Seiten über diesen Bericht reden. Ihr werdet aber verstehen, wenn ich nur einige ganz kleine wesentliche Punkte herausgreife aus diesem sehr, sehr umfangreichen Bericht. Unsere gemeinsame Organisationskraft war in den letzten fünf Jahren mehrere Male intensivst gefordert. Zunächst bei den Landtagswahlen 2013, am 3. März. Erinnern wir uns zurück. Alle gegen einen. Alle gegen Erwin Pröll. Alle gegen die Volkspartei Niederösterreich. Neun Parteien gegen eine Partei. So viele wie noch nie zuvor. Und alle haben versucht, die absolute Mehrheit unserer Volkspartei zu brechen. Und es wurde richtig schmutzig. Erinnern wir uns zurück. Der Streitkurs der SPÖ und der Seep Leitner. Der Crashkurs des Frank Stronach. Der eine hat mit Dreck geworfen und der andere mit Millionen. Aber gemeinsam, wir alle, haben es gemeinsam geschafft, die absolute Mehrheit zu verteidigen. Und ich möchte an dieser Stelle ein Bollwerk dieser Wahlbewegung aufrichtig Danke sagen. Für deinen unermüdlichen Einsatz für die Volkspartei. Für deinen unermüdlichen Einsatz im Wahlkampf für unsere Gesinnungsgemeinschaft. Danke, Herr Landeshauptmann. Danke, Erwin. Ja, und was ist nach der Wahl von Leitner und Stronach übrig geblieben? Der eine war einen Tag nach der Wahl Geschichte und gönnt sich nun einen top bezahlten Job in der Arbeiterkammer. Und der andere, der hat sehr rasch sein Spielzeug Niederösterreich wieder weggeworfen und eine Chaospartie hinterlassen, die dem Steuerzahler jährlich über 2 Millionen Euro kostet. Das war die politische Leistung des Herrn Stronach in Niederösterreich. Und wenn es um gemeinsame Kraftanstrengungen geht, dann komme ich schon zu den nächsten Wahlen. Zum Jänner 2015. Zu euren 570 Gemeindewahlen. Der frühe Wahltermin, ich weiß, hat vielleicht den einen oder anderen nicht geschmeckt. Aber ich weiß auch, dafür war das landesweite Ergebnis am 25. Jänner umso besser. Wir stellen knapp 6700 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte in Niederösterreich. Wir stellen 435 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir sind in 16 der 20 Bezirkshauptstädte im Bürgermeisteramt. Wir haben es geschafft, in roten Hochburgen wie Wiener Neustadt, Gensendorf, Gmünd, Neunkirchen oder Korneuburg sie fest in schwarze Hand zu holen. Wir haben es geschafft, nicht nur am Land stark zu sein, sondern auch in den Städten intensiv zu punkten. Und das, meine lieben Freunde, das ist euer Verdienst. Darauf könnt ihr, darauf können wir gemeinsam stolz sein. Diese beiden Wahlen haben gezeigt, was wir entschlossen und geschlossen erreichen können. Was wir mit guter Partnerschaft zwischen Land auf der einen Seite und den Gemeinden auf der anderen Seite erreichen können. Diese beiden Wahlen haben auch eines gezeigt, wer für das Land und die Gemeinden hart arbeitet, der kann auch gegen den Trend beim Wähler punkten. Und wenn ich an vergangene Wahlen denke, dann ist es mir auch wichtig, an dieser Stelle Danke zu sagen. Danke zu sagen einem, der in dieser Zeit für die strategischen Geschicke in der Landespartei verantwortlich war. Als Parteimanager, als Landesgeschäftsführer und als mein Vorgänger. Lieber Gerhard Karner, du hast die Volkspartei Niederösterreich zwölf Jahre lang zu Wahlerfolgen geführt. Du hast mir ein gut aufgestelltes Haus übergeben. Lieber Gerhard, danke für deinen Einsatz. Applaus Meine lieben Freunde, ich verspreche euch, mein Bestes zu geben, um diesen erfolgreichen Weg gemeinsam mit euch weiterzugehen. Mein erklärtes Ziel ist es, unsere Volkspartei Niederösterreich noch stärker zur Servicepartei für euch zu machen. Denn ihr habt den direkten Draht zu den Menschen. Ihr habt die Hand am Puls der Zeit. Ihr habt ein Ohr für offene Fragen und ihr seid Tag für Tag unter den Menschen. Und meine ja, unsere Aufgabe muss es bleiben, euch die notwendigen Hand- und Kopfwerkzeuge mitzugeben, damit ihr mit Überzeugung unsere gemeinsamen Positionen in eurer Gemeinde, in eurer Nachbarschaft, am Stammtisch und am Küchentisch weitertragen könnt. Gleichzeitig machen wir die Volkspartei Niederösterreich fit für den Wandel in der Kommunikation. Daher haben wir bewusst vor über einem Jahr eine Offensive in der digitalen Welt gestartet. Weil für mich steht fest, in der analogen Welt, im direkten Kontakt, da kann uns niemand das Wasser reichen. Aber in der digitalen Welt, im Internet, wollen wir das genauso erreichen. Und daran arbeiten wir. Wie es sich gehört, sind Wahlkämpfe für die Volkspartei Niederösterreich immer kurz. Weniger Zeit für Wahlkampf heißt mehr Zeit fürs Arbeiten. Und einer, der diesen Grundsatz wie kein Zweiter lebt, ist unser Landesaufmann Dr. Erwin Pröll. Ich habe eingangs gesagt, jeder von uns hat einen Stift in der Hand. Liebe Erwin, du hattest keinen Stift in der Hand. Du hattest einen Meißel. Du hast aus diesem Land politische und gesellschaftliche Meisterwerke herausgeschlagen. Du hast Niederösterreich vom Land am Rand an die Spitze Europas geführt. Du hast mit deinem Führungsstil die Volkspartei zu einer Erfolgspartei gemacht. Du hast mit deinem Weitblick Niederösterreich zu einem Erfolgsland gemacht. Und du wirst nicht nur für mich immer ein Vorbild in der politischen Arbeit bleiben. Danke dafür. Applaus Lieber Landeshauptmann, du hast in den letzten 25 Jahren als Parteiobmann und als Landeshauptmann, in 37 Jahren in der Landesregierung, für unsere Volkspartei Niederösterreich und für das Bundesland Niederösterreich Unglaubliches geleistet. Und dafür sind wir alle hier unendlich dankbar. Nach deinem Entschluss am 17. Jänner haben wir als Volkspartei Niederösterreich so gehandelt, wie man es von uns erwartet. Nur einen Tag später hat der Landesparteivorstand unsere Johanna Mikleitner einstimmig als deine Nachfolgerin, als designierte Landesparteiobfrau und zukünftige Landeshauptfrau nominiert. In den herauffolgenden Wochen wurde sowohl das Team in der Landesregierung geformt, aber auch das zukünftige Führungsteam im Landesparteivorstand gefunden. Und wenn ich mir unsere Mannschaft hier so anschaue, dann kann ich unseren politischen Mitbewerbern nur sagen, zieht euch warm an. Ihr werdet es brauchen. Denn wir sind nicht nur breit aufgestellt, da steckt viel Erfahrung dahinter, viel Kraft, da steckt viel Dynamik dahinter mit dem nötigen Zug aufs Tor. Wir packen es an. Und ich wurde erst unlängst gefragt, wie macht ihr das in Niederösterreich? Warum läuft das so gut in Niederösterreich? Wahlergebnisse gegen den Trend, einen Wechsel an der Spitze, ohne Streit. In Wahrheit gibt es drei Antworten darauf. Der erste Punkt ist unsere organisatorische Stärke. Wir sind in 573, in allen 573 Gemeinden in Niederösterreich vertreten. Mit unseren Funktionärinnen und Funktionären, mit unseren Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Wir haben starke Teilorganisationen, die toll zusammenarbeiten. Und wir sind mit unseren Funktionären ganz nahe bei den Menschen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das ist unsere tiefe Überzeugung. Unsere tiefe Überzeugung für Niederösterreich, das schönste Land der Welt. Für die Volkspartei Niederösterreich, die beste Parteiorganisation in Europa. Und mit Erwin Pröll und mit Johanna Mikleitner an der Spitze, zwei großartige Persönlichkeiten zu arbeiten, das motiviert mich. Und das motiviert uns alle unglaublich. Und der dritte Punkt, wir haben einen optimistischen Blick in die Zukunft. Die anderen sehen Katastrophen. Wir sehen Herausforderungen. Die anderen erleben Rückschläge. Wir lernen Prozesse. Die anderen scheitern am Widerstand. Wir gewinnen an Motivation. Wir sind eine Volkspartei. Wir sind für alle da. Und wenn ich mir die anderen Parteien im Land so anschaue, dann kann ich nur sagen, der Vergleich macht sicher. Heute mehr denn je. Kommen wir zur SPÖ. Ja, was ist los mit der ehemals so stolzen SPÖ in Niederösterreich? Unter den Parteivorsitzenden Stadler ist sie strukturlos, kopflos, farblos und in Wahrheit führungslos. Die SPÖ entfernt sich immer mehr von den Wählerinnen und Wählern. Sie haben Bezirkssekretariate geschlossen. Wir alle haben miterlebt die heftigen Auseinandersetzungen und wilden Widerstände innerhalb der ehemals doch so stolzen Bewegung. Die SPÖ ist zwar immer noch rot, aber in Wahrheit mittlerweile nur noch rot vor Zorn auf die eigene Organisation. Und selbst beim Spitzenkandidaten wurden mittlerweile mehr Namen genannt, als die SPÖ Abgeordnete hat. Und genauso viele haben auch abgesagt. Egal, wer am Ende des Tages die bittere Pille schlucken muss. Jeder, der es jetzt noch macht, wird am Ende vielleicht auch gelacht. Und kommen wir zu den Grünen. Personalprobleme haben ja nicht nur die Roten. Auch die Grünen in Österreich sind intern zerstritten und zerrissen. Am Landeskongress wurde zwar eine Spitzenkandidatin nominiert, die aber in den eigenen Reihen gar nicht gewollt ist. Das verwundert auch nicht, wenn verdiente Persönlichkeiten abgeschossen werden und ein für die Grünen starker Bezirk wie zum Beispiel Mödling einfach links liegen gelassen wird. Für die Grünen und der Krisma ist Basisdemokratie zum Fremdwort geworden und Alleinherrschaft ist eingezogen. Die Grünen sind nur noch eine reine Verbotspartei. Die Menschen haben genug von verboten. Sie haben andere Sorgen. Womit wir auch zur FPÖ kommen. Ihr einziges Thema Ausländer-Bashing reicht derzeit vielleicht für Oberwasser in Umfragewerten. Und viele Leute beugeln auch vielleicht momentan damit, sie zu unterstützen. Aber jetzt frage ich euch. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese FPÖ jemals Kanzlerpartei wird? Könnt ihr euch vorstellen, dass diese FPÖ jemals unser Niederösterreich führen könnte? Könnt ihr euch vorstellen, dass diese FPÖ jemals in euren Gemeinden regieren wird? Ehrlich gesagt, ich kann und ich will mir das gar nicht vorstellen. Denn hinter der polternden Fassade eines Strache und hinter dem Hundeblick eines Hofers, da stecken die Warngesichter der FPÖ. Wie sich die Blauen in der zweiten und dritten Reihe aufführen, liest man fast wöchentlich in den Zeitungen. Da gibt es mehrere Gemeinderäte, die aus der Partei ausgeschlossen werden müssen, weil sie im Internet keine Grenzen kennen und andere gemeingefährlich beschimpfen. Auch als Wahlbeisitzer wissen wir, glänzten sie lieber mit Abwesenheit als ihrer Pflicht nachzukommen. Und da gibt es einen wortwörtlich blauen Abgeordneten, der den Radweg mit einer Straße verwechselt und auf der Kremser Tonerbrücke stecken bleibt. Aber so sind sie halt, die Blauen in Niederösterreich. Voll da beim Schreien, unsichtbar in der Gemeindestube. Dick da in Onlineforen, nicht vorhanden im Gemeinderat. Daran hat sich nichts geändert. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Das erlebt ihr täglich in den Gemeinden und das gleiche Bild zeigt sich uns im ganzen Land. Meine lieben Freunde, erst gestern hat die FPÖ mit Walter Rosenkranz ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl präsentiert. Einen Nationalrat und Rechtsanwalt, der eigentlich lieber im Bund landen würde und mit Niederösterreichs in Wahrheit bisher nichts zu tun haben wollte. Aber an der Adresse von Rosenkranz und der FPÖ sage ich sehr deutlich, Niederösterreich ist kein Nebenjob und auch kein Halbtagsjob. Niederösterreich führt nicht so einfach nebenbei, sondern für Niederösterreich braucht man die ganze Zeit, um für Niederösterreich arbeiten zu können. Und einen Punkt will ich bei der FPÖ noch in aller Deutlichkeit ansprechen, weil es mir wichtig ist und da hört sich bei mir der Spaß auf. Wenn die FPÖ unserer zukünftigen Landeshauptfrau vorwirft, für die Massenzuwanderung verantwortlich zu sein, dann frage ich mich hier und heute schon, wo waren die Blauen im letzten Jahr? Haben die alles verschlafen? Hannemik Leitner hat als damalige Innenministerin trotz heftigem Widerstand des Koalitionspartners damals genau die richtigen Schritte ergriffen und zusammen mit Außenminister Sebastian Kurz die Schließung der Westbalkanroute durchgesetzt. Das sind die Fakten, das ist die Wahrheit, denn wir machen, wovon die anderen nur reden. Das macht den Unterschied und den kennen und den erkennen unsere Landsleute in Niederösterreich ganz genau. Und wer jetzt noch glaubt, das sind alles nur Parteitagsreden, der sollte mal die letzten Landtagssitzungsprotokolle nachlesen. Die FPÖ, die will Ölheizungen fördern und unterstützt den Antrag zur Einführung der Wehrpflicht für Frauen. Die Grünen, die wollen feuchtes Toilettenpapier verbieten. Die Straunachs, die wollen älteren Menschen den Führerschein wegnehmen. Ja, und die SPÖ, die will lieber jeden Badeteich zusperren, als statt 40 Fischrotter zu entnehmen. Nicht mit uns, meine lieben Freunde. Der Blick auf die Parteienlandschaft macht eigentlich eines sehr deutlich. Es gibt in Wahrheit nur eine Partei für Niederösterreich. Es gibt nur eine wirkliche Niederösterreich-Partei. Es gibt nur eine Volkspartei, eine Volkspartei Niederösterreich. Meine lieben Freunde, ich kann so wenig wie ihr in die Zukunft blicken. Aber ich weiß so gut wie ihr, die nächste Zeit wird alles andere als einfach werden. Auch unser Landeshauptmann hat es hautnah miterlebt, wie es ist, wenn man zur Zielscheibe für hinterlistige Giftpfeile und falsche Sudelkampagnen wird. Es wird persönlich und nicht sachlich werden. Dirty Campaigning, das wird uns ständig begleiten. Daher meine große Bitte abschließend an euch. Lasst euch bitte nicht aus der Ruhe bringen von haltlosen Gerüchten. Lasst euch nicht treffen von Attacken unter der Gürtellinie. Vertrauen wir gemeinsam weiterhin auf unsere Stärken. Eine Gemeinschaft mit unverkenmbarer Bürgernähe. Eine Partei, die entschlossen Geschlossenheit lebt. Eine Bewegung, die das Land in Bewegung hält und Menschen bewegen und mobilisieren kann. Die Volkspartei ist und die Volkspartei bleibt Niederösterreichs Erfolgspartei. Geschlossen und entschlossen. Gestern, heute und erst recht morgen, wenn es um Übermorgen geht. Um die Zukunft Niederösterreichs. Schauen wir gemeinsam darauf, dass unsere Volkspartei die Erfolgspartei bleibt und Niederösterreich das Erfolgsland. Dankeschön. Danke Bernhard für deinen Bericht. Danke. Ich bedanke mich bei dir als unseren Landesgeschäftsführer und bei deinem Team recht herzlich für die engagierte Arbeit. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir brauchen in der Volkspartei Niederösterreich ein starkes Team und eine starke Kraft und engagierte Leute. Ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Ich begrüße mich ganz besonders, Herrn Landeshauptmann Bühringer begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen. Freu mich auch ganz herzlich, unseren Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, dich Christoph Leitl, recht herzlich bei uns in Niederösterreich zu begrüßen. Und ein herzliches Willkommen auch unseren Minister Brandstetter. Ein herzliches Dankeschön, dass auch du heute bei uns bist. Ich darf die Liste der Ehrengäste weiterführen und ich begrüße recht herzlich unseren EU-Abgeordneten Tisch, Ottmar Karas. Ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank auch für deine Unterstützung für die Wirtschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf jetzt unseren Landesparteiobmann und Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll um seinen Bericht bitten. Und gleichzeitig gebe ich meinen Vorsitz an unseren Klubobmann Klaus Schneeberger weiter. Bitteschön, Herr Landeshauptmann. Vielen Dank. 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 Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl 2013. Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl. 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 Ich liebe dieses Land. Ich liebe dieses Landtagswahl. Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl. Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl. Hoher Landesparteitag, liebe Freunde. Mit diesen Worten habe ich am 4. April des Jahres 1992 begonnen, um mich bei euch vorzustellen und gleichzeitig um euer Vertrauen für den Landesparteiobmann der Niederösterreichischen Volkspartei zu bitten. Heute, meine lieben Freunde, möchte ich genauso beginnen. Hoher Landesparteitag, liebe Freunde. Allerdings dieses Mal, um mich bei euch zu verabschieden und gleichzeitig mit dieser Verabschiedung auch die Hauptverantwortung der Niederösterreichischen Volkspartei in neue Hände zu legen. Seit diesem 4. April 1992, meine lieben Freunde, sind genau 9.172 Tage vergangen. 1.972 Tage, an denen ich euer Parteiobmann sein durfte, all die Tage, bei denen ich mit großer Freude mit euch gemeinsam arbeiten durfte und gleichzeitig auch eine so große Anzahl von Tagen, in denen wir viel erlebt haben miteinander, in denen wir sehr hart gearbeitet haben miteinander und ich glaube, wir können auch sagen, in denen wir auch miteinander sehr viel erreicht haben. Allerdings zwischen diesem 4. April 1992 und heute liegen insgesamt sechs Wahlparteitage. Wahlparteitage, bei denen ich mich zunächst einmal der Wahl zum Landesparteiobmann gestellt habe, aber Parteitage, bei denen ich so wie heute vor euch gestanden bin und ihr könnt mir glauben, dieser Blick vom Rednerpult zu euch ist mir nicht fremd und ich kenne ja auch jene Stimmungen, die solche Parteitage auszeichnen. Allerdings heute, zum siebten Parteitag, meine lieben Freunde, heute ist es doch etwas Besonderes. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Heute geht es mir ausschließlich darum, mich für euer Vertrauen in all den Jahren und Jahrzehnten zu bedanken. Und ich möchte dies, das möchte ich euch gleich vorweg sagen, aus ganzem Herzen tun. Ich möchte dies auch in meiner Rede jetzt tun. Das soll eine Rede sein, die geprägt ist von Dank auf der einen Seite und von Demut auf der anderen Seite. Es soll keine Rede sein der Schmeichelei oder der Wehmut, sondern es geht mir bei dieser kommenden Rede, die ich jetzt halten werde, schlicht und einfach darum, Rechenschaft zu geben, aber nicht abzurechnen. Denn zwischen dem Parteitag des Jahres 1992 und dem Parteitag heute liegen mindestens 25 Jahre. Unglaublich, muss man sagen, wie die Zeit vergangen ist. Und in dieser Zeit ist auch unglaublich vieles geschehen. Die Welt hat sich verändert. Das Land hat sich, Gott sei Dank füge ich hinzu, verändert. Und auch die Politik hat sich verändert. Und ich möchte dazu nur ein paar Schlaglichter geben. Und zwar deswegen, weil ich gerne möchte, dass in dieser Minute wir alle miteinander die Chance und die Möglichkeit haben, auch für sich selber ein wenig zurückzublicken und zu resümieren. Beim Parteitag 1992, meine lieben Freunde, war Kurt Waldheim Bundespräsident der Republik Österreich und Dr. Franz Franizzi Bundeskanzler in der Republik. Der amerikanische Präsident hieß George Bush und sein Vis-à-vis war in Moskau Boris Yeltsin. In Deutschland regierte Helmut Kohl als Bundeskanzler und Richard von Weizsäcker als Bundespräsident. Der eiserne Vorhang war damals zwar schon gefallen, aber unser Nachbarland war damals noch die Tschechoslowakei mit dem Staatspräsidenten Watzlaff Havel. Und am deutlichsten glaube ich, was sich da alles geändert hat, merkt man es an der Europäischen Union. In diesen vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten hat das auf europäischer Ebene unglaublich viel bewegt. Vor 25 Jahren hatte die Europäische Union noch zwölf Mitglieder. Österreich war bei Gott noch nicht Mitglied der Europäischen Union und von einer gemeinsamen Währung des Euro war damals noch nicht zu träumen. Heute, 25 Jahre später, sind wir in der Situation, die Europäische Union hat noch 28 Mitglieder. Die Europäische Union reicht vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer und mit der europäischen Währung haben wir mittlerweile ganz gut leben gelernt. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, meine lieben Freunde, weil Niederösterreich wie kaum eine zweite Region auf diesem Kontinent von dieser Entwicklung betroffen war. Wir sind, und da möchte ich auch dazu fügen, wie ich das schon so oft getan habe, Gott sei Dank vom Rand der freien Welt in die Mitte Europas gerückt. Jetzt muss man natürlich nüchternerweise sagen, diese großen Entwicklungen weltweit konnten wir nicht beeinflussen. Aber umgekehrt dürfen wir nicht übersehen, diese großen Entwicklungen der Welt haben unsere Arbeit natürlich tiefgreifend beeinflusst. Wir mussten uns auf die neue Lage und die neue Situation einstellen und wir mussten dementsprechend auch die Weichen in unserem Land stellen. Und ich glaube schon, im Blick zurück kann man sagen, und ich bin überzeugt davon, das machen sogar die schärfsten Kritiker, wir haben es ganz gut geschafft, meine lieben Freunde, auch wenn es das eine oder andere Mal unglaublich schwierig gewesen ist. Bei meinem Antritt als Parteiobmann habe ich meine Visionen von Niederösterreich präsentiert und wir haben miteinander das Zukunftsland Niederösterreich gezeichnet. Mein Vorhaben damals war ein relativ einfaches und auch ein relativ klares. Ein Land zu gestalten, das war unsere Aufgabe, um es attraktiv, einladend und weltoffen zu machen. Unser Vorhaben war, dieses Land so zu gestalten, dass es ökologisch ausgewogen ist, dass es ökonomisch erfolgreich ist, dass unser Niederösterreich ein lebenswertes Land ist. Und wir sind damals miteinander angetreten, um ein Land zu schaffen, das unverwechselbar, selbstbewusst und eigenständig ist. Und genau das war die große Aufgabe und die große Herausforderung, meine lieben Freunde, die wir uns vor 25 Jahren miteinander gestellt haben. Und die Frage, die wir uns heute miteinander stellen sollen, oder ich sage es offensiver, die wir heute miteinander stellen müssen, ist relativ einfach gestellt. Wie weit ist dieses Bild von Niederösterreich, das wir damals miteinander gezeichnet haben, auch gediehen? Meine persönliche Antwort lautet ganz lapidar, dieses Bild hat Gestalt angenommen. Dieses Bild ist natürlich noch lange nicht fertig gezeichnet. Und ich bin auch überzeugt davon, dieses Bild von der Zukunft Niederösterreichs wird auch oder darf auch nie fertig sein. Aber, was uns schon gelungen ist, und darauf können wir alle miteinander ein wenig stolz sein, wir haben diesem Bild klare Konturen gegeben, wir haben in diesen 25 Jahren auf dieses Bild eine Vielzahl an Pinselstrichen dazugesetzt und wir haben durch unsere Arbeit auf diesem Bild auch eine Vielzahl von Farbtupfen hinterlassen. Aber das ist keine Leistung von mir allein oder von einigen wenigen, meine lieben Freunde, und das sollten wir immer wissen, und ich weiß das zu jeder Sekunde meines Denkens. Das ist die Leistung von unglaublich vielen, das ist die Leistung von euch und das ist die Leistung des gesamten Landes Niederösterreich inklusive der niederösterreichischen Bevölkerung. Applaus Wer heute in dieses Land schaut, der muss spüren, dieses Land hat trotz aller Problemfelder seinen Weg gemacht. Wir sind ein gutes Stück gewachsen. Manches Mal habe ich den Eindruck, dass wir sogar über uns hinausgewachsen sind. Niederösterreich ist heute ein Standort, der keinen Vergleichsscheuen braucht. Ja, Niederösterreich ist mittlerweile ein Standort, der bei vielen Vergleichen in der Lage ist zu gewinnen. Ein Unternehmer nach dem anderen, meine lieben Freunde, wandert von Wien nach Niederösterreich. Warum ist das so? Nicht zuletzt auch deswegen, weil ein Unternehmer bei uns das findet, was er braucht. Wir sind schnell in der Verwaltung, wir sind modern beim Wirtschaftsservice, wir sind fortschrittlich bei der Infrastruktur und wir sind ein Bundesland, in dem sich der Unternehmer einfach wohl fühlt, weil er sich aufgehoben fühlt. Und für mich ist das, das sage ich Ihnen auch ganz offen, überhaupt kein Wunder. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben seit dem Fall des Eisernen Vorhangs unsere ganze Kraft in dieses Aufholmanöver investiert, das wir letztendlich umgesetzt haben. Wir haben neue Bahnlinien im Land gelegt. Wir haben Straßen gebaut. Wir haben Brücken errichtet über die Donau zu unseren Nachbarn. Und wir sollten nicht vergessen, mit jedem Kilometer an Schiene und Straße haben wir im wahrsten Sinne des Wortes die schwierige Zeit der Vergangenheit hinter uns gelassen und sind dabei zuversichtlich in Richtung Zukunft gegangen. Heute, meine lieben Freunde, bedeutet das mehr an Infrastruktur, ein mehr an Mobilität, es bedeutet ein mehr an Lebensqualität, es bedeutet ein mehr an Sicherheit und es bedeutet ein mehr an Chancen. Allerdings eine Entwicklung, und das möchte ich sehr deutlich heute sagen, eine Entwicklung auf diesem Weg macht mir zunehmend Sorgen. Wer heute Infrastrukturprojekte angeht, der braucht einen immer länger werdenden Atem. Lange Verfahren, jede Menge Einsprüche und Verzögerungen bis hin zu gerichtlichen Urteilen. Und wenn Projekte, das sage ich sehr, sehr deutlich hinaus in alle Öffentlichkeit, wenn Projekte wie die dritte Piste am Flughafen von Gerichten verhindert werden und noch dazu von politischen Kräften im Land wie den Grünen bejubelt werden, dann, meine lieben Freunde, schädigt das den Standort, kostet das Arbeitsplätze und blockiert den Weg in die Zukunft unseres Landes. Damit wir uns richtig verstehen, bei allem Verständnis für Umwelt- und Anrainerrechte, aber die Politik muss sich wieder mehr entscheidend trauen. Es ist mittlerweile Mode geworden, sich hinter Gesetzestexten zu verstecken. Wir sollten am Weg in die Zukunft eines nicht vergessen. Die Politik, meine lieben Freunde, ist dazu da, Mehrheiten zu vertreten und Farbe zu bekennen. Die Politik muss wieder das Gesetz des Handelns in die Hand bekommen, auch bei den Gestalten der Gesetze, auf denen letztendlich diese Republik dann funktionieren soll. Nicht irgendwo hin, zu Gerichten delegieren, sondern mutig selber handeln, das ist die Aufgabe der Politik am Weg in die Zukunft, meine lieben Freunde. Wir in Niederösterreich haben immer Mut bewiesen. Am deutlichsten ist das sichtbar in unserer Wissenschaftspolitik. Meine lieben Freunde, ohne Umschweife muss man sagen, in etwa vor 30 Jahren war in Niederösterreich der Wissenschaftsatlas ein weißer Fleck. Aus diesem weißen Fleck der Forschungslandkarte ist heute ein herausragendes Adressbuch geworden mit hervorragenden Instituten, die letztendlich eine gute Grundlage für die nächsten Generationen bedeuten. Und das Schöne daran ist, die Saat, die wir seinerzeit ausgesät haben, diese Saat trägt heute Früchte. Erst vorgestern hatte ich ein wunderschönes Erlebnis, gemeinsam mit Klaus Schneeberger. Zehn Jahre Medaustron-Projekt haben wir gefeiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da ist mir wieder so richtig bewusst geworden, dass Mut und Mühe sich lohnt. Denn mittlerweile ist nach dieser schweren Entscheidungsphase gerade in diesem Medaustron-Projekt die erste Patientin bereits behandelt worden. In AST Austria in Klosterneiburg wird erfolgreich auf höchstem Niveau gearbeitet. In Krems haben wir erst in der vergangenen Woche die neue Privatuniversität für Gesundheitsmedizin eröffnet. Unsere Forschungslandschaft hat heute einen anerkannten internationalen Standard. Und das sollten wir schon auch in diesem Blick zurück wissen. Nichts ist uns in diesen zurückliegenden Jahrzehnten geschenkt worden. Alles, was wir letztendlich erarbeitet haben, war erdacht und war letztendlich auch hart erkämpft. Und da gibt es einen einfachen Grundsatz, der uns immer begleiten soll. Wer nicht kämpft zur rechten Zeit, meine lieben Freunde, der bringt es im Leben nicht sehr weit. Und das ist nicht unsere Philosophie, damit wir uns gleich richtig verstehen. Und damit bin ich bei der Kultur. Ich weiß, meine lieben Freunde, und das sage ich auch heute sehr offen heraus, ich weiß, ich habe euch mit der offensiven Kulturpolitik oftmals viel abverlangt. Einiges war unpopulär, manches war verstörend und vieles war auch in der kulturpolitischen Arbeit kontroversiell. Aber das ist meine feste Überzeugung. Kunst und Kultur ist der Humus für Kreativität und Fortschritt. Und Kreativität ist wiederum die Voraussetzung fürs Dazulernen. Ein Land ohne Kultur ist hoffnungslos und fantasielos. Aber ein Land mit Kultur, das gibt Nahrung für die Seele. Kunst und Kultur prägen nicht nur uns selber und unser Fortkommen, sondern Kunst und Kultur prägen mittlerweile auch zu einem guten Teil unser Bild nach außen. Und das ist wichtig, nicht nur für das, was in der Vergangenheit alles möglich gewesen ist, sondern das wird auch am Weg in die Zukunft mindestens so wichtig bleiben. Denn wir dürfen unsere Jalousien zur Welt nicht runterlassen. Denn wo kein Licht, da kann nichts wachsen. Wo keine Luft, da kann nichts leben. Wo keine Aussicht, da gibt es keine Perspektive. Und wo es keine Perspektive gibt, dort gibt es auch keine Zukunft, meine lieben Freunde. Daher ist es meine tiefe Überzeugung, der Weg, den wir miteinander gegangen sind, war unbedingt notwendig. Denn er hat letztlich Chancen für unsere Kinder geschaffen, er befeuert den Ideenreichtum in unserem Land und er gibt unserem Land auch Identität und Selbstbewusstsein. Das brauchen wir auch am Weg in die Zukunft. Denken wir zurück und vergessen wir eines nicht, in welcher Lage wir nämlich vor drei Jahrzehnten und mehr gewesen sind. Wir waren gehemmt in unserer Entwicklung durch den eisernen Vorhang. Wir waren im Schatten der Bundeshauptstadt Wien und wir waren ohne eigene Landeshauptstadt. Von Selbstbewusstsein und Landesidentität war nicht viel zu merken. Unser Image war angekratzt. So hart muss man das auch aussprechen. Heute ist die Situation eine vollkommen andere. Das Blatt hat sich gewendet. Man kennt uns und man schätzt uns. national und international. Und was vor allem das Wichtigste ist, die Menschen sind stolz auf Niederösterreich. Sie fühlen sich diesem, unserem Heimatland verbunden und sie fühlen sich vor allem auch hier zu Hause. Und das ist unser aller Erfolg, wofür ich euch von ganzem Herzen Danke sage, meine lieben Freunde. denn nur diese Stehen zum Land und das Einstehen für das Land, das gibt jene Kraft, mit der wir uns auch weiter positionieren können. als Region in Europa und als Bundesland in der Republik. Ich weiß schon, dieses Selbstbewusstsein, das mittlerweile Niederösterreich an den Tag legt, das gefällt nicht allen. Vor allem nicht jenen Zentralisten, die immer dann, wenn es falsch läuft, in der Republik auf die Länder zeigen, um dem Föderalismus für das, was sich tut, die Schuld zu geben. Jetzt muss ich die Frage stellen, wer sind denn diese Oberkritikaster? Meistens sind es die Einkommensmilliardäre, meine lieben Freunde, die mir mit ihren Privatjets ihre Wohnsitze in der Welt befliegen oder aber die sogenannten Mäzene, die gerne mit ihrem Geld sich Parteien oder Politiker kaufen. Sie bedienen sich immer wieder der sogenannten Experten und Journalisten, aber, und das sage ich Ihnen auch aus meiner Erfahrung, wenn Sie ein persönliches Anliegen haben, dann wissen Sie sofort, wo ein Landeshauptmann zu erreichen ist. Das sind aber genau diejenigen, die ihre Dienstboten um Dinge des täglichen Bestarfs schicken, während die Bevölkerung im ländlichen Raum Zeit und Kosten aufwenden muss, um das zu bekommen, was sie zum täglichen Leben brauchen. Und ich sage euch, egal wie das auch immer weiter geht, ich werde nicht müde werden, für den Föderalismus in der Republik einzutreten, weil ich weiß, das ist nur zum Guten der Bevölkerung in diesem Land und in dieser Republik. Denn all jene, die auf die Bundesländer hinhacken, die immer von Machtfantasien reden oder die Landesfürsten schreiben, all jene habe ich nie im Land oder bei den Menschen gesehen. Und jemand, der nie bei den Menschen ist und im Land, der kann auch nicht wissen und auch nicht spüren, was die Menschen und das Land braucht, meine lieben Freunde. Ich war nie Fürst, sondern ich war immer ein gewählter Landeshauptmann, der mit Herz und mit Leidenschaft bei den Menschen war. Und ich war immer ein gewählter Landeshauptmann, der sich alle fünf Jahre den Menschen zur Wahl gestellt hat, um ihr Urteil zu erfragen. Das sei einmal jenen gesagt, meine lieben Freunde, die seit Jahren gegen die Länder Propaganda machen, ein für allemal klar, lassen wir uns in den Bundesländern von solchen Leuten nicht in die Defensive jagen. Und auch noch eines klar gesagt, meine lieben Freunde, genau jene Länderfeinde fordere ich heute auf, habt endlich Mut, stellt euch der Bevölkerung, seid nicht feig, startet endlich eine Volksabstimmung zur Abschaffung der Bundesländer. Und ich kann euch heute schon sagen, die Bevölkerung wird euch eine tiefe Abfuhr erteilen. Das ist Demokratie. Ich weiß, wovon ich spreche. Nicht nur von harten politischen Auseinandersetzungen, die ich zuhauf geführt habe, sondern vor allem auch von Schicksalsschlägen, mit denen auch wir in unserem Heimatland Niederösterreich hart zu kämpfen hatten. Die Hochwasserkatastrophen zum Beispiel haben gezeigt, wie stark der Familiensinn in Niederösterreich ist. Sie haben gezeigt, wer in schwierigen Situationen bei den Betroffenen ist. Und sie haben gezeigt, wer in kritischen Situationen für rasche Hilfe sorgt. Es sind nicht die Zentralstellen in Wien, meine Theoretiker und Berufszyniker in manchen Parteisekretariaten oder Redaktionsstuben. Nein, wir waren es und wir müssen es auch in Zukunft bleiben, bei Wind und Wetter und vor allem in Glück und Not dieses Landes. Bürgernähe ist für uns, meine lieben Freunde, ein alltäglicher Auftrag. Dieser Zugang zu den Menschen zeichnet uns aus und dieser Zugang zu den Menschen darf uns auch nie verloren gehen. Nur aus den Gesprächen der Menschen entsteht das Gespür für die Menschen. Und wo diese Nähe fehlt, dort fehlt auch das Vertrauen. Und Vertrauen ist die wichtigste Tugend für die politische Arbeit. Ich weiß, wir sind heute in eine Zeit hineingekommen, wo es neue Kommunikationsmittel erlauben, neue Zugänge zu den Menschen zu finden. Aber ich sage es gleich vorweg, kein noch so mehr modernes Medium kann den direkten Kontakt und die direkte Begegnung mit den Menschen ersetzen. Mit Facebook und Twitter lässt sich zwar Aufmerksamkeit schaffen, aber nicht das ist das Maß aller Dinge, sondern das Maß aller Dinge ist, wer Aufmerksamkeit schenkt. Nur wer den Menschen menschlich begegnet, kann sich Gehör verschaffen, der kann ihr Herz berühren und der kann auch ihr Vertrauen gewinnen. Und weil wir gerade von den neuen Medien sprechen, wir alle wissen, welchen Stellenwert sie heute haben. Wir alle wissen auch, welche Macht von ihnen ausgeht. Heute reichen in Wahrheit zwei Hände und ein Laptop, um Zerrbilder zu produzieren, um Desinformation in der Welt zu verbreiten und auf Teufel komm raus zu verleumten und zu vernadern. Das verlangt Vorsicht im Umgang mit diesem Ding. Und das verlangt vor allem auch eine hohe Verantwortung für jene, die damit arbeiten. Das gilt für die Politik, meine lieben Freunde, genauso wie für den Journalismus. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe allerdings auch positive Erfahrungen gemacht mit dem österreichischen Journalismus und zwar als ich im Netz gejagt wurde. Da hat sich gezeigt, was seriöser Journalismus ist. Und dafür danke ich auch heute. Aber heute ist auch der Zeitpunkt gekommen, um ein paar Dinge beim Namen zu nennen. Und ich möchte das gerne tun. Ich habe nämlich auch dafür Erfahrung parat. Es gibt in Österreich mittlerweile so manche Nachrichten Absprache unter gewissen Journalisten. Nach dem Motto Was machen wir heute für ein Thema? Wen prangen wir an? Wie machen wir ihn fertig? Der Schaden, meine lieben Freunde, liegt natürlich in erster Linie bei den Nachrichten Konsumenten, weil die um diese Hintergründe nicht wissen. Kritischer Journalismus, damit wir uns richtig verstehen, ist in der Demokratie unerlässlich. Aber wenn kritischer Journalismus zum gelenkten Journalismus wird, dann schadet das, meine lieben Freunde der Demokratie. Der Journalismus moralisiert heute die Politik, soll sein. Aber umso mehr hat er auch die Aufgabe, dass in den eigenen Reihen auch zu tun, meine lieben Freunde. Und da gibt es auch Arbeit genug. Nun, meine lieben Freunde, bei meinem Amtsantritt als neuer Parteiobmann habe ich gefordert, dass wir eine politisch fitte und eine offene Partei sein sollen. Was aus diesem Ziel geworden ist, das sehen wir heute. Und dafür danke ich euch noch einmal. Unsere Partei ist stark, unsere Partei ist gesund. Die niederösterreichische Volkspartei, so sagt man, ist wohl eine der schlagkräftigsten politischen Bewegungen in Europa. die einzigartigen Wahlergebnisse, die wir miteinander in den letzten Jahrzehnten zustande gebracht haben, sind der beste Beweis dafür. Und ich bin in den zurückliegenden Seiten sehr, sehr oft gefragt worden, sowohl national, aber auch international, warum ist das so, wie ist das möglich? Die Antwort liegt relativ leicht auf der Hand, weil niemand so nah bei den Landsleuten ist wie wir. Auf Bundesebene, auf Landesebene und in den Gemeinden. Die Freude an unserer Arbeit und vor allem auch die Stärke unserer Organisation, sie haben immer Kraft gegeben und haben uns vor allem auch immer Erfolg gebracht. Wir haben gemeinsam viele Wahlen geschlagen. Ich habe mit euch insgesamt sieben Nationalratswahlen geschlagen, habe mit euch fünf Europawahlen erlebt, fünf Gemeinderatswahlen und fünf Landtagswahlen als Spitzenkandidat bestritten. Ich sage euch heute ganz offen, keine einzige Wahl möchte ich missen. Und ich möchte daher bei dieser Gelegenheit wirklich euch dafür danken. Euch, meine lieben Freunde, auf Bundesebene, euch allen auf Landesebene, die so lange mit mir gearbeitet haben, euch gemeinsam in den Bezirken bis hinein in die Gemeinden und Ortschaften. Das waren unglaublich schöne Momente, die mir ewig in Erinnerung bleiben werden, mit so vielen schönen Erlebnissen und vor allem auch mit so vielen Freundschaften, die dabei entstanden sind. Ich danke euch für eure Gefolgschaft und ich danke euch vor allem für eure Kraft, die mir jeweils von euch entgegen gebracht wurde. Unglaublich wichtig und wertvoll. Ich behaupte, das ist das zentrale Moment gewesen, warum ich so lange durchgehalten habe, meine lieben Freunde. Ich danke euch dafür. Und vor allem dabei habe ich auch gemerkt, was uns ausmacht. Das ist gar nicht zu wenig. Das sind die gemeinsamen Ziele, die wir haben. Das ist ein unglaublicher Zusammenhalt, nicht nur in Sonnentagen, sondern auch dann, wenn es schwierig ist. Und das ist die gegenseitige Unterstützung. Da hat niemand gefragt, wann, wo, wie etwas notwendig ist. Und nie hat jemand, meine lieben Freunde, Streit und Zwietracht in unserer Bewegung gesehen, sondern nur immer Arbeit für Niederösterreich. Und das sehen, spüren und wissen auch unsere Landsleute. Und genau das muss auch weiter unser Markenzeichen als niederösterreichische Volkspartei bleiben, trotz eines Wechsels an der Spitze, damit wir uns da klar verstehen. Wir unterscheiden uns nämlich mit unserer politischen Arbeit von einer Partei wie der SPÖ, die ihre treuen Spindoktoren und Streitstategen aus dem Ausland importieren. Sie haben übrigens eine unfassbare Auffassung, wenn die uns sagen wollen, im Wahlkampf gibt es keine Demokratie. Ja, meine lieben Freunde, wo sind wir da hingekommen? Wir unterscheiden uns auch in der Arbeit, auch von jenen, die meinen, Politik ist zu 95% Inszenierung. Ja, lassen wir uns das nicht gefallen, meine lieben Freunde. Treten wir gemeinsam gegen diesen Nonsens auf, die letztendlich die Politik schlechter machen will, als sie ist. Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Meine lieben Freunde, liefern wir den Gegenbeweis gegen solche Dummheiten in der Republik. Arbeiten wir doch weiter wie immer nach unseren Grundsätzen in den Diensten der Landesleute. Mit Bodenhaftung nie abgehoben. Berechenbar nicht flatterhaft, mit Offenheit nicht von oben herab, und mit Seriosität und nicht arrogant. Meine lieben Freunde, wenn wir das beherzigen, und das ist meine tiefe innere Überzeugung, dann wird der Lohn auch weiter sich einstellen. Dann wird auch die Zustimmung der Menschen zu unserer Arbeit eine Selbstverständlichkeit werden. Und das ist es auch, was wir erreichen wollen am Weg in die Zukunft. Meine lieben Freunde, am Ende eines politischen Lebens zieht man natürlich Bilanz. Man überlegt, was ist persönlich noch möglich und man macht sich natürlich auch darüber Gedanken, wie sind wir aufgestellt, wie geht es im Land weiter. Und ich sage Ihnen auch aus tiefer innerer Überzeugung, wir sind mit Hannemick Leitner und ihrem Team exzellent aufgestellt und ausgezeichnet gerüstet für den Weg nach vorne. Hanni hat die ÖVP Niederösterreich und mich, das darf ich wohl sagen, in den vergangenen 25 Jahren begleitet. Begonnen hat es vor etwas mehr als 25 Jahren bei der damaligen Initiative für Erwin Pröll. Sie sind weiter gegangen als Marketingleiterin der Partei, dann als Nationalrätin, als Landesrätin, als Bundesministerin und nunmehr seit mehr als einem Jahr eine Stellvertreterin in der Regierung. Alles, was an sie herangetragen war, hat sie professionell mit Hingabe und mit Herz erledigt. Sie hat nicht gezaudert oder gezögert, egal was auch an sie herangekommen ist. Sie hat als Innenministerin unglaublich Klarheit bewiesen. Sie hat die Balkanroute geschlossen, auch zu einer Zeit, als man in der Bundesregierung noch über weite Ebenen hinweg willkommen gerufen hat. Sie hat als Sicherheitsministerin das getan, was notwendig war im Sinne der Sicherheit dieser Republik, ohne vor böswilligen Kommentaren und persönlichen Attacken einzugnicken. Und wichtig ist, und das möchte ich heute auch sagen, Wolfgang Sobotka leistet als Sicherheitsminister eine exzellente Arbeit, genau im Sinne von Hanni. Wolfgang, ich gratuliere und danke viel. Noch ein Wort zu Hanni. Hanni Mikl-Eitner kommt aus unserem Land, sie liebt unser Land, das ist wichtig und sie ist seit Jahrzehnten mit euch und mit uns. Daher bitte ich euch inständig, seid ab morgen auch mit ihr in all den Möglichkeiten, die wir miteinander haben. Das Land braucht sie. Ja, meine lieben Freunde und damit ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo es einfach heißt, Abschied zu nehmen. Und in solchen emotionellen Momenten geht einem natürlich, das werden sie sicher verstehen, vieles durch den Kopf, Schönes, und da gibt es sehr viel, Aufwühlendes, auch Prägendes. Woran auch ich immer wieder denke, und da sage ich Ihnen, ganz, ganz geöffnet für Sie, und woran ich mich erinnere, ich bin unglaublich dankbar für diese glückliche Zeit, die ich mit euch in der Partei und im Land verbringen dürfte. Ich danke und habe allen Grund dazu, vielen zu danken. Ich danke zunächst einmal dem Herrgott und meinen Eltern, dass ich in eine Zeit hineingeboren wurde, die mir ein Leben ohne Krieg geschenkt hat. Und ich danke vor allem auch dem Herrgott, dass er mich in all diesen Jahren und Jahrzehnten so umsichtig begleitet hat, ohne Unfall, ohne allzu große Schäden an Geist und Körper. Ich danke auch dem Bauernbund. Deswegen, weil der Bauernbund mir die Plattform gegeben hat, dass ich mich politisch entwickeln kann und vor allem auch politisch entfalten kann. Ich sage Ihnen ganz offen, ich hatte keine Ahnung seinerzeit, dass mich die politische Arbeit so begeistern kann und ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, dass mich ein derartiger politischer Weg erarbeitet, den ich gehen durfte. Ich bin auch meiner Familie sehr dankbar. Dir Sisi und dann der größer werdenden Familie, den Kindern und Enkelkindern. Die Familie war mir immer Kraft, die mich gespeist hat. Kraft im Zuhören, Kraft auch das eine oder andere Mal im Einspruch und vor allem auch Kraft im Zusammenstehen, insbesondere wenn es enorm schwierig geworden ist und solche Momente kommen in der Politik unausweichlich. Nur so ist es letztendlich auch möglich geworden, dass wir private Schicksalsschläge verkraften konnten und vor allem, dass wir alle Höhen und Tiefen in der Politik durchstehen konnten. Ich bin glücklich und dankbar, dass ich tatsächlich, ich nenne es immer Mondfenster in der Geschichte dieser Republik für ein schwer geprüftes Land verantworten durfte. Wer darf das schon? Ich bin diesbezüglich nicht nur dankbar, sondern auch sehr demütig. Und ihr wisst, ich habe diese Verantwortung immer sehr, sehr ernst genommen. Wenn es um das Land ging, habe ich mich nie geschont und wenn es ums Land ging, habe ich auch nie ein Risiko geschont. Und ich sage euch auch dazu, ich habe keinen einzigen Tag bereut und würde man mich heute fragen, willst du das nochmals machen? Ich würde ohne Zaudern und Zögern sagen, ja. Ich hatte das Glück, auf die Arbeit von Vorgängern aufbauen zu dürfen, die eine gute Grundlage gelegt haben, damit wir in diesen entscheidenden Entwicklungsphasen unseres Landes auch tatsächlich das tun durften und konnten, was zu tun war. Und ich hatte das Glück, dass ich stets in all diesen Jahren oder Jahrzehnten eingebettet war in in ein unglaublich tolles Team, in eine tolle Team Arbeit. Dieses Team ist groß und ihr seid alle gemeint, meine lieben Freunde. Ich kann euch, weil es so viele Team Mitarbeiter hier gibt, ich kann euch namentlich gar nicht apostrophieren. Jede und jeder von euch ist hier gemeint. jeder Einzelne von euch hier im Saal, aber auch Tausende und Abertausende in der Weite und vor allem in der Vielfalt unseres schönen Heimatlandes Niederösterreich. Und ich bin unglaublich dankbar für das Vertrauen, dass mir die niederösterreichischen Landsleute über so lange Zeit entgegengebracht haben. Und ich kann euch nur sagen, es kann nichts Schöneres geben als die Begegnung in all der Vielfalt mit unseren Landsleuten. Es kann nichts Schöneres geben als mit ihnen zu lachen, aber es ist natürlich auch das eine oder andere Mal angesagt, mit ihnen die Sorgen zu teilen. Auch das habe ich getragen und getan und auch da habe ich verspürt, das ist eine schöne Aufgabe. So wünsche ich Janne, dass es dir genauso geht. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du auch all das spüren kannst, was ich spüren durfte, dass du all das auch erleben darfst, was ich erleben durfte, in allen ist unmöglich. Ich sage das ganz offen. Denn wenn ich das wollte, dann müsste ich in Wahrheit mein Leben neu erfinden und neu schreiben. Daher kann ich euch nur eines sagen mit dem Text der Landeshymne. O Heimat dich zu lieben, getreu in Glück und Not. Das ist nicht nur eine gesungene Hymne, sondern das, meine lieben Freunde, soll ein Vermächtnis sein und das ist auch mein Leben. Mein Herz wird mit und ohne Funktion immer mit diesem Land verbunden sein. Herzlichen Dank, alles Gute, viel Glück, Erfolg und Gottes Segen. Applaus Grazie. Applaus Grazie. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jeder von uns weiß, Erwin Pröll ist ein Familienmensch, persönlich wie politisch. Wie oft hat er doch von der Familie Volkspartei Niederösterreich gesprochen. Heute, an diesem 24. März 2017, kommt die Familie der Volkspartei Niederösterreich wieder zusammen. Schauen wir uns doch an, das politische Zuhause von Erwin Pröll. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, hoher Parteitag. Liebe Freunde in der ÖVP Niederösterreich. Wir werden jetzt den Dank gemeinsam bringen und mir steht der Buchstabe D zu. Dewey Denken. Bis zum Donauhochwasser. Das Land in seiner ganzen Breite lebst und mit uns erlebst. Demokratie vorlebst. Demokratie vorlebst. Du hast es jetzt in deiner Rede so toll gesagt. Demokratie ist, wenn einer vorhin steht, dem geglaubt wird und wenn eine Organisation will, dass man die Dinge bestimmen kann. Und beides gemeinsam war mit dir möglich, mit großer Freude. D steht auch für du. Ich habe erlebt, wie du vor 2000 Landjugendliche als der Popstar des Landes gefeiert wurdest. Du Erwin, du Erwin. Du bist der, für den die Niederösterreicher nicht Masse sind, sondern Menschen, denen du ins Auge schaust. So viele du, wie du den Niederösterreichern schon gesagt hast, gibt es keinen Zweiten in Niederösterreich. Der Niederösterreicher ist dein Mensch und du bist unserer. Du bist der, der den Dienst fürs Land lebt. Und deswegen wird für mich, solange du unser Ehrenobmann bist, zählen, dass die zweite Strophe der Landeshymne. Wir mühen uns dir zu dienen, mein Niederösterreich. Da steht ein Pate darüber und der Pate wird immer der Erwin Preuß sein. Du bist der, der dieses Land führt und weitergibt so, dass es gut weitergehen kann. Und das ist die große Größe, die große Stärke und vielleicht auch die Gnade. Danke, Erwin. Herr Landeshauptmann, lieber Erwin. Du bist der erfolgreicher Architekt unseres Wirtschaftsstandorts Niederösterreich. Mit deiner konsequenten Art, mit deiner Weitsicht, mit deiner harten Arbeit hast du uns wirtschaftlich in Bullposition gebracht. Konsequenz, harte Arbeit ist dein politisches Markenzeichen, eingebettet in Herz und Leidenschaft. Hoher Landesparteitag, lieber Erwin. Wer kennt nicht deine bildhafte Sprache? Zum Beispiel den vorsichtigen, nachhaltig wirtschafteten Bauern, der vorsichtig und umsichtig die Hofübergabe vorbereitet. Ich möchte ein anderes Bild zeichnen. Den Häuslbauer, den Häuslbauer, wenn du so willst, Niederösterreich, der den Weg zu seinen Nachbarn sucht, der das Gespräch sucht, der ganz einfach die Nähe zu den Menschen sucht. Wie oft warst du bei den Nachbarn, um abzustimmen, um zu fragen, um deine Vorstellungen zu präsentieren, um Verbündete zu suchen, ganz einfach, um Verbündete zu suchen, auch um den ländlichen Raum einen großen Stellenwert zu geben. Nähe zu den Menschen, das ist dein Credo. Netzwerk zu knüpfen, Netzwerk, um miteinander Großes zu bauen, das ist dein Erfolg. Netzwerk, Nachbar, Nähe, Netzwerk. Dafür steht mein Ende. Liebe Erwin, hoher Landesparteitag, glaube ich, kein Buchstabe wie K steht so besonders für dich. Heute noch erlebt, diesen Kampfgeist. Auch wenn er abtritt von der Bühne, bleibt er glühender Föderalist. Es ist allen in das Stammbuch geschrieben, wie es du immer formuliert hast. Dieser Kampfgeist hat durch Jahre und Jahrzehnte alle beflügelt. Jeder, der seine Konsequenz gespürt hat, manche haben sie gefürchtet, manche sind ja nicht entthronnen, aber alle davon haben profitiert. Deine Konsequenz ist sprichwörtlich in der Umsetzung das, was du dir vorgenommen hast. Sie ist sprichwörtlich dafür, einen erfolgreichen Weg zu gehen. Deine Fähigkeit, Können zu motivieren, umzusetzen, deine Fähigkeit, Kompetenz bei den anderen entwickeln zu lassen, zeigt, dass du auch mit dem Kaso umgehen kannst, das nicht nur Kampfkraft und dementsprechende Energie ausgeht, sondern auch die Ermöglichung der anderen im positiven Sinne auch entwickeln lässt. Und schlussendlich ist es die Kraft, die alles zusammenhält. Wer hat seine Kraft nicht schon gespürt? Ich kann nicht sagen, dass ich ein Lied davon singen kann. Aber ich habe sie gelernt. Und ich gebe sie so gut weiter, als ich kann. Die Kraft, Dinge beim Namen zu nennen, die Kraft, uns alle zusammenzuhalten, auch in schwierigen Zeiten. Die Kraft, auch nach vorne zu sehen und die Freude daraus zu schöpfen, um auch für den nächsten Tag die Kraft zu haben. Das ist Erwin Pöll. K. Die Energie ist die Ursache für die Weiterentwicklung der Menschheit und der Welt. Das ist ein Zitat. Und ich glaube, lieber Erwin, dieses Zitat passt zu dir. Du hast in den letzten Jahrzehnten Niederösterreich mit deiner persönlichen Energie Tag für Tag weiterentwickelt. Du hast der Jugend eine echte Perspektive gegeben und warst für uns immer da. Würde man die Energie an dir neu messen wollen, dann braucht man, glaube ich, eine neue Maßeinheit, statt dem Joule das Bröll. Die junge FP wünscht dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg, viel Gesundheit und vor allem viel Energie. Und dafür steht das E für Energie. Ein weiteres E. E wie Erwin, E wie Erfolg. Ich möchte das in vier, nein, in fünf E's darbringen. Erstens einmal die Entscheidung. Deine Entscheidung vor über 30 Jahren, Ja zu dem Amt, Ja zur Funktion, Ja zur ÖVP, Ja zum Land Niederösterreich zu sagen. Das war mir diese Entscheidung. Eine gute Entscheidung für dich und für uns. Das zweite E ist der Erfolg. Jetzt über deinen Erfolg zu sprechen, würde sehr lange dauern. Das mache ich nicht. Das wurde heute schon dargelegt und wird auch morgen noch der Fall sein. Das dritte E steht für Emotionen. Du hast in diesem Land Emotionen geweckt. Und wer heute die Bilder gesehen hat von dem Hochwasser, von deinem Hochwassereinsatz, das hat sich in den Köpfen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, ja darüber hinaus, gefestigt. Und da hat man gesehen, dass es nicht nur die Sprache ist, sondern dein Einsatz. Und das letzte, der vorletzte E ist mir gesagt worden, ich soll dir Erholung wünschen. Das wünschen wir dir im Kreise deiner Familie. Ich bin überzeugt, du wirst das genauso professionell angehen, wie in deinem Berufsleben. Und das letzte ist ein falsches E. Die ältere Generation möchte sich bei dir bedanken. Du hast uns unterstützt und wir werden dich auch weiterhin unterstützen, genauso wie die Hanne. Alles Gute. Mein E steht für Erwin. Mein E steht für Erfolg. Ich trage das R für Rückhalt. In den letzten 25 Jahren ist Niederösterreich Heimat für viele neue Niederösterreicher geworden. Und für manche war es seit Geburt auf zu Hause. Dir sind die Menschen in Niederösterreich wichtig. Dir war immer wichtig, dass sich die Menschen in Niederösterreich entfalten können. Sei es in der Kunst, in der Kultur, im Ehrenamt oder auch bei uns in der Volkspartei Niederösterreich. Du hast allen Rückhalt gegeben. Und daher trage ich das R. Dankeschön. Lieber Erwin, ich bringe den Buchstaben W auf die Bühne. Zunächst habe ich mir gedacht, W für Wege, für deine Wege, für Wertschätzung. Aber nach deiner Rede steht das W auch für Wahlkampfmodus. Das hast du immer geprägt und das war schön, auch heute wieder so ein bisschen zu spüren. Aber bleiben wir bei Wege und Wertschätzung. Als Landesleiterin von wir Niederösterreicherinnen, den ÖVP-Frauen, als Landesrätin und als Petra Bohuslaw, weiß ich, dass dieser Weg, den du gegangen bist, alle diese Wege von Wertschätzung geprägt waren. Von Wertschätzung für uns Frauen, Wertschätzung gepaart mit respektvollem Umgang, mit Chancen, die du uns gegeben hast, mit Unterstützung und mit Anerkennung. Und dann hast du das allens noch garniert mit deinem unverwechselbaren Erwin Pröllscham. Vielen herzlichen Dank für diese Wege der Wertschätzung. Dankeschön. Viele kennen den Esstisch im Hause Pröll. Er ist nicht nur der kulinarische Mittelpunkt. Ich glaube, dieser Esstisch ist auch der gesellige und gesellschaftliche Mittelpunkt des Landes Niederösterreich geworden. Und rund um diesen Tisch wurde gefeiert, wurde fest diskutiert, wurde gelacht, wurde aber auch geweint. Und dir war immer wichtig, dass alles auf den Tisch kommt, dass nichts unter den Tisch fällt und dass die Themen und die Probleme aufgearbeitet und vom Tisch kommen. Und jeder, der bei dir Gast war, zu dem hast du dich nicht nur gesetzt, sondern du hast dich auch in die Menschen hineinversetzt. Und dieses Interesse an den Menschen, diese Empathie hat auch das Vertrauen gebracht, dass wir Niederösterreich so erfolgreich auch umsetzen konnten. Aber an diesem Tisch wurde diskutiert, wurden Ideen gewälzt, wurden innovative Entscheidungen in vielen Bereichen für unser Land auch getroffen. Rational und oft auch emotional. Und oftmals hast du dich bei deinen Entscheidungen auf dein Bauchgefühl verlassen. Viele von uns kennen den Spruch, dreht Marc-Erwin Bröll, ich spür's da drin. Und diese Intuition steht für mein E. Vielen Dank. Für uns ist heute ein ganz besonderer Tag. Ein besonderer Tag für dich, lieber Erwin, für die Sissi, für die gesamte Familie, ja für uns als Familienvolkspartei Niederösterreich. Es ist heute auch der Tag, wo du die Partei deinen Nachfolgen übergibst, eine Partei, die gut aufgestellt ist, so erfolgreich ist wie keine andere. Das Feld ist gut bestellt und das Haus steht gut da. Dein politisches Credo war immer, man kann nur ernten, was man sieht. Und deswegen steht mein N heute für Nachhaltigkeit, nachhaltige Politik, die du seit 14 Jahren für Niederösterreichs machst. N steht aber auch für Nachfolge. Lieber Erwin, es ist für mich eine Ehre, seit über 20 Jahren, ja 25 Jahren, mit dir aufs Engste zusammenarbeiten zu dürfen und vor allem auch deine Nachfolge antreten zu dürfen. Und ich glaube, es ist schon auch ein gutes Vorbild, wie du Weichen stellst und wie du deine Nachfolge auch vorbereitet hast. Dafür auch ein ganz persönliches und großes Danke. Dieses N steht aber auch als letzten Buchstaben bei Erwin. Und deswegen, weil dieses Erwin immer für Qualität steht, ist diese Qualität und dieser Name auch immer auch für Niederösterreich gestanden. Überall, wo man Erwin Proll gesagt hat, war gleichzeitig auch im Kopf Niederösterreich. Und weil dieses Erwin jahrzehntelang gestanden ist für Niederösterreich, stehen auch wir heute hier, um als Familie Volkspartei Niederösterreich Danke zu sagen. Danke, Erwin Proll, für alles, was du für die Partei und für Niederösterreich getan hast. Danke. Applaus Ich bin die Älteste hier in dieser Runde. Wir gehen das L ab, das L, deine Liebe zu unserem Land und wir lieben dich, lieber Herr Landeshauptmann. Applaus Nordlandesparteitag, lieber Erwin, liebe Sissi. Heute, lieber Erwin, verabschiedest du dich von deinem aktiven Politiker-Dasein im Kreise der Familie Niederösterreich, die heute schon so oft apostrophiert wurde. Und Familie, das haben wir nicht nur bei der heutigen Rede entnommen, sondern immer wieder, Familie hat bei dir einen ganz hohen Stellenwert. Für dich war dein Elternhaus ganz besonders wichtig. Radlbrunn hat dich geprägt und geformt. Aber auch in weiterer Folge war und ist deine Familie eine ganz wesentliche Kraftquelle für dich. Wir haben das immer wieder gespürt. Du hast das immer wieder angesprochen. Und jeder, jede in diesem Raum kann mitfühlen, was Familie ist. Du, liebe Sissi, du bist der Mittelpunkt dieser Kraftquelle Familie Bröll. Und in jeder Familie gibt es Höhen und Tiefen. Schicksalsschläge, die es zu überwinden gilt. Und Ereignisse, die schöner nicht sein können, wie der heutige Tag. Und auch ihr seid von ersteren nicht verschont geblieben. Allein sie in Stoffel, wenn ich an seine frühe Jugend denke und den Unfall. Wenn ich an den Bernhard denke, der Schlaganfall, just am Eröffnungstag der Landesausstellung. Aber auch eure Partnerschaft. Eure Partnerschaft wurde politisch motiviert von einer perfiden Sudelkampagne getroffen, die ihresgleichen sucht. Und da hat sich die wirkliche Stärke der Partnerschaft kristallisiert und gezeigt. Speziell von dir, Sissi. Du hast dich nicht provozieren lassen. Du warst stets Fels in der Brandung. Danke. Jetzt muss ich noch etwas sagen. Jeder Mensch braucht ein Korrektiv. Selbst Erwin Bröll. Und jetzt brauchen wir nicht lange denken, wer das Korrektiv war. Sissi. Und das ist auch etwas Schönes, das mir immer wieder imponiert hat, dass du immer mit Sissi reflektiert hast, was geschehen ist, was geschehen soll und was gut sein soll. Jedenfalls, liebe Sissi, danken wir dir von ganzem Herzen, dass du in all diesen Jahren die wesentliche Stütze von unseren Erwin warst. Und weil heute Astrid, Stoffel, Andi, die Anna und der Johannes unter uns ist, noch ein Wort zur Familie eines Politikers. Stoffel, ich darf dich jetzt zitieren. Du bist mir nicht böse. Anlässlich, ich habe das angedroht, Anlässlich des Geburtstagsfestes bei Erwin Bröll hast du Folgendes formuliert. Es geht nicht um die Bruttozeit der Anwesenheit in der Familie, sondern darum, die Nettozeit so intensiv wie möglich zu nutzen. Und das hast du, Papa. Man kann einem Vater kein schöneres Kompliment machen. Lieber Erwin, politisch, das sagst du immer wieder, war für dich Sixtus Lanner ein ganz wesentlicher Wegbereiter. Er hat dich mit den Worten, du wirst erfolgreich sein, weil dich die Leute mögen und du wirst die Leute mögen. Mit diesen Worten hat er dich aus dem Bundesbauernbund in die ÖVP Niederösterreich entlassen. Und wie recht hatte er gehabt, Sixtus Lanner. Im Land Niederösterreich hast du Spuren gelegt und Furchen gezogen, die unauslöschbar sind. Über 50 Prozent deines Lebens, und du hast das heute schon mitgezeichnet, hast die Politik Niederösterreich zuerst mitbestimmt und seit nunmehr 37 Jahren federführend gestaltet. Damit bist du im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Niederösterreich geworden. Ein ganz tolles Stück Niederösterreich. All deine Schritte, und das gehört jetzt auch gesagt, bis hin zu deiner heutigen Entscheidung, das Amt des Landesparteiobmanns und des Landeshauptmanns zu übergeben, hast du strategisch, minutiös vorbereitet und diszipliniert umgesetzt. Wie überhaupt, aus meiner Sicht, das habe ich bei deinem Geburtstag schon gesagt, du vom lieben Gott bevorzugt wurdest. Der hat dir wirklich viele positive Eigenschaften mitgegeben. Da möchte ich einige anführen. Eine Selbstdisziplin, die aus meiner Sicht unüberbittbar ist. Eine Konsequenz, die fast provokant ist. Hans Benz hat es angesprochen, ein Bauchgespür, das selten, wenn überhaupt, ich kann mich gar nicht erinnern, daneben gelegen ist. Eine Treue, und das ist besonders wichtig, die nicht nur Menschen, sondern auch Grundsätzen gilt. Du warst in deiner Ausübung, deiner Aufgabe nie, das können wir bestätigen, der Detail verliebt. Du hast immer den Blick aufs Wesentliche gehabt. Und du hast gezeigt, dass ideologische Gegensätze persönlichen Freundschaften nicht entgegenstehen. Ich denke an die Kulturszene. Und du hast mit Charisma, mit enormer Kraft, jede Herausforderung angenommen und hast keine Auseinandersetzung gescheut, wenn es um die Menschen dieses Landes gegangen ist und wenn es um Blau-Gelb gegangen ist. Das Wichtigste aber, und das können wir alle bestätigen, die unmittelbar mit dir nahezu jeden Tag verbunden waren, du bist immer ein Mensch geblieben. Und wer dich kennt, weiß besonders zu schätzen, dass man mit dir lachen, aber auch weinen kann. Wir haben oft miteinander gelacht, wir haben dann und wann auch über uns gelacht, beides war bei dir unüberhörbar. Aber wir haben auch gemeinsam so manche Träne vergossen und jetzt denke ich an den Abschied von Liese. Lieber Erwin, ich persönlich durfte über 17 Jahre dein geschäftsführender Klubobmann und damit einer der engsten politischen Weggefährten sein. Meine Bilanz, ich kann mir keine herausfordernde, spannendere, schönere und erfolgreichere Zeit vorstellen. Eine Zeit, in der du vom Chef zum persönlichen Freund wurdest und das immer bleiben wirst. Heute stehe ich stellvertretend für deine Familie der Volkspartei Niederösterreich. Wir alle sind gekommen und dir ein aufrichtiges, ehrliches Dankeschön, Raal Brunnerisch ein Vergeltgott zu sagen. Und jetzt bedanke ich mich bei dir, liebe Frau Landeshauptmann, Stellvertreter, liebe Hanni, dass es nunmehr meine Aufgabe ist, dem Hohen Landesparteitag vorzuschlagen, dich, lieber Erwin, zum Ehrenparteiobmann der Volkspartei Niederösterreich zu wählen. Applaus Ich habe ja noch nicht einmal einen Antrag gestellt. Ich darf daher diesen Antrag nunmehr offiziell stellen und darf um ein Zeichen mit der Delegiertenkarte bitten. Einstimmig angenommen, Welche Überraschung! Applaus Ich bin bekannt, dass ich oft flapsig bin. Jetzt bin ich es wieder. Ich sage oft, in Niederösterreich ist selbst der Zufall geplant. Und so haben wir gewusst, wir kennen unsere Funktionäre. Wir wissen, wie sie emotional sind und wir wissen, wie sie zu dir stehen. Daher haben wir gewusst, wie diese Abstimmung ausgeht und haben bereits jetzt für dich das entsprechende Dokument gebracht, wo schon steht, dass du unser Ehrenparteiobmann bist. Ich darf nunmehr dich, lieber Herr Landeshauptmann, aber auch dich, liebe Sissi, zu uns heraufbitten. Applaus Lieber Eivind, liebe Eivind, Von dir haben wir vieles gelernt, auch das, was ich jetzt mache. Denn bei jeder Ehrung hast du vorgelesen, wie die Urkunde lautet. Nunmehr darf ich es vorlesen. In Würdigung der langjährigen und herausragenden Leistungen für die Volkspartei Niederösterreich wird Dr. Erwin Bröll vom Landesparteitag am 24. März 2017 zum Ehrenparteiobmann gewählt. Gezeichnet Mag. Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptmann-Stellvertreterin, Ingenieur Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer Barbara Schwarz, Landesrätin und Kommerzialrätin Scheichelbauer Schuster. Ich darf dir nunmehr diese Urkunde übergeben. Applaus Ich hatte jetzt vor, den Parteitag zu unterbrechen, aber wie kann es anders sein? Der Herr Landeshauptmann hat das letzte Wort. Bevor ich ihm dieses letzte Wort gebe, darf ich trotzdem sagen, der Parteitag ist unterbrochen. Morgen gebe ich meinen Vorsitz mit heute bereits der Frau Landeshauptmann-Stellvertreter Mikl-Leitner. Und jetzt bist du am Wort. Der hohe Landesparteitag, nachdem ich eingangs bei der Eröffnung des Landesparteitags den großen Fehler gemacht habe, die Wortmeldungen auf drei Minuten zu begrenzen, brauchen Sie nicht mehr viel befürchten. Aber was ich jetzt tun möchte, ist, meine lieben Freunde, ich bedanke mich vom ganzen Herzen bei euch. Ich glaube, ihr habt leider gemerkt, wie gerührt ich war, weil ich ganz genau weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Und ich weiß auch, was ich letztendlich euch allen verdanke und ich möchte euch heute auch versprechen, ich werde immer mit euch sein. Wie ich gesagt habe, mein Herz gehört unserem Heimatland Niederösterreich und ich würde euch bitten, enttäuschen wir unsere Landsleute auch am Weg in die Zukunft nicht. Bleiben wir einfach dem Weg treu, der unser eigener gewesen ist in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten. Dir, liebe Hanni, nochmals alles Gute. Du weißt, wir kennen uns lange genug und du weißt auch, wenn es irgendwo zwickt oder irgendwo ein Problem gibt, ich bin immer für dich da. Nicht öffentlich, als gefährliche Drohung für die Journalistik. Sondern jemand, der von mir etwas braucht, der wird es auch bekommen, auch in solchen Dingen. Ich wünsche euch, oder nachdem ich jetzt Ehrenobmann sein darf, ich wünsche uns am Weg nach vorne alles erdenklich Gute. Ich danke euch. Applaus 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 Musik 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 Musik